Hier haben Sie eine Wasserwand. Sie sehen, wie das Wasser, die Acrylikwand runterläuft. Der Effekt ist einfach wahnsinnig. Das Auge geht automatisch auf dieses Logo zu. Sie können es für Ihr Hotel, für Ihr Spa, für Ihr Getränk, Wodka, was immer Sie an Logo oder Brand haben, das können wir auf diese Wasserwand draufdrucken mit einem 3D-HIGH-Resolution-Printer. Die Wasserwand ist ca. 1,5 Meter in Höhe. Sie sehen hier Grey Goose, die Wodka-Firma. Das kann auch in einem Custom-Design gemacht werden, wenn Sie ein Bild haben oder im Wohnzimmer aufstellen wollen. Das Wasser läuft die Wand runter auf dieser Acrylik und der Effekt ist einfach erstaunlich.